Du hast nie danach gefragt. Der einzige Mensch bisher, der nicht gefragt hat, so in den ersten fünf Minuten. Geht nur dich was an, nicht mich. Du, du, du sagst es mir, wenn du es mir sagst, oder eben nicht. Hab ich selbst gemacht. Ich war ziemlich high. Das warst du? Ja, mit einem dieser, so einem Schäler. Schäler? Weißt schon, so ein Kartoffelschäler. Oh Gott, ja, ich weiß, was das ist, klar. Ich war damals ein anderer Mensch als ich jetzt. Ich hab mich selbst nicht so gemocht. Und, magst du dich jetzt mehr? Ja. Ja. Ich hab mich selbst nicht so gemocht. Vielen Dank.